hallo und willkommen zurück zu LXL in meinem Cofft Pocket Edition ja, ich habe seit dem letzten Partei aus der Hölle rausgegangen hier und habe mal ein paar Sachen gefunden und da ich nicht vor habe zu stammen, da habe ich gedacht, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück mal raus und ich weiß, es fliegt auch ein deutlich leichter als ich erwartet hatte also Söderos, ja so, wir sind auf dem Weg zu LXL in meinem Cofft Pocket Edition jetzt haben wir erstmal auf unserer Rechten und dürfen somit zurückkommen ja und jo jetzt nochmal ein, zwei Parts aufnehmen das ist auch klar, dass ich auf meine 10 Videos komme und ja, dann werden wir sehen, wie es weiter geht helfen wir ja noch auf, auch ein paar Kühe auf dem Rückweg wäre auch nicht schlecht so hier wisst ihr, wir brauchen einen Leder und probieren und probieren wobei, probieren dürften wir nicht das bringen es ist Leder und jo ja, wenn wir uns mit der Weih ausgefunden scheinbar gibt es mein Cofft Pocket ist schon keine Koordinaten und das heißt, wir sind am Arsch naja, zwergeln nicht, mal schauen wir haben jetzt noch ein bisschen Zuckerrohr und ja und ja ja die die Charakterien brauchen wir keine, sagen wir deswegen auch gar nicht zuerst und das wird bald dunkel oder es wird bald dunkel, es ist selbst dunkel oder es wird bald dunkel, es ist selbst dunkel Aber na gut, wir sagen mal, vielleicht können wir noch die Gartchen gebrauchen, irgendwie. Ich weiß jetzt natürlich nicht wofür, aber... Er weiß. Ich mache die Gartchen, die ich hier mit den Gartchen verwirrte, und ich mache das. Ich mache das mit den Gartchen. Ich nehme die Gartchen, die ich mit den Gartchen schätze, und ich nehme die Gartchen. Wie gesagt, mir scheißegal. Oh je, wir haben uns echt schon mal so rundum fliegen. Ziemlich viel erreicht hat schon in Minecraft. So, in Zukunft weiter abgegeben. Mal schauen, wie weit sich das entwicklen wird. Mal schauen, wie wir das Ding an die nächsten Arcade so kommen. Ich weiß es eben auch noch nicht. Und ich glaube, wir sind klein, sondern wir haben rechtes Festland. Das ist ein normales Biom. Das ist die Distanz auf Wegen, sondern das ist die Nähe. Hm. Oder auch Zeit. Ja. 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 von dem Ich hab recht, dass wir noch Kühe finden auf dem Weg Das wäre nice Oh, wir fahren jetzt schon wieder raus, super Und ja Hier haben wir wieder einen Baum gewachsen, gut Na gut, zwei Räder bedeuten, dass es ein Bücherregal ist Aber da wir noch ein Buch haben, das ist immer ein ganzes Bücherregal Ein Bücherregal Und hat sich irgendwas getan Hm, scheinbar nicht Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020